Ihr kennt doch sicher alle dieses unscharfe Bild des kommenden Cafés in Animal Crossing, oder? Ich habe dieses Bild mal durch eine AI-Sharp-Software laufen lassen und naja, was soll ich sagen, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Man kann nun viel mehr Details erkennen und sogar auf einem der drei Bilder ist, wie ich finde, nun deutlich KK zu sehen. Das komplette Bild findet ihr by the way auch nochmal auf meinem Instagram-Account.